Das ist ein Nasenaffe und er hat eine wirklich schlaffe Nase. Trotz ihres seltsamen Aussehens erfüllt diese Nase tatsächlich einen ziemlich wichtigen Zweck. Sie sehen, nur die Männchen haben diese lächerliche Schnauze und glauben sie es oder nicht, sie nutzen sie, um Affenweibchen anzulocken. Ihre Nase funktioniert wie eine Echokammer, indem sie ihren Paarungsruf verstärkt. Und wie Sie vielleicht schon erraten haben, bevorzugen die weiblichen Affen die Männchen mit den größeren Nasen.